Moin! Wir fahren heute nach Frankfurt zum Eislaufen. Wir sind wieder zurück. Ich habe meine Praxis noch nicht zu 100% hochgefahren, weil wir noch Ferien nahmen in Hessen. Ja, jetzt geht es erstmal auf die Eisbahn bei minus 6 Grad. Jetzt sind wir gleich an der Eissporthalle. Ich hoffe mal, dass es nicht so voll ist. Was haben wir denn hier? Hier ist ja ein Zirkus. Wir sind bei der Eissporthalle. Das ist der Außenring. Der ist riesig. Da kann man schön einmal drum herum fahren. Ist gut gefüllt, glaube ich. Ja, jetzt geht es erstmal rein. Aber echt übelst kalt. Hoffentlich wird ein warm beim Schlittschuh fahren. Heiliger Strohsack. Aber das Wetter könnte nicht besser sein. Dann lasst uns mal Schlittschuhe ausleihen gehen. Wir haben keine eigenen. Dann hoffen wir mal, dass sie passen. Die Leihgeräte. Die leichte Schuhe. Ja, scharfe Schlittschuhezebub. So, bevor wir in den Außenring fahren, fahren wir erstmal hier ein bisschen uns ein. Jetzt gehen wir die Schlittschuhe wieder zurück. Wir sind genug gefahren. War gut, oder? Schuhe zurückgeben. Heieiei, es ist voll heute. Gehen wir hoch. Mensch, jetzt ist es aber voll geworden. Wahnsinn. Ah, es ist nur eine Drehtür hier. Okay. Yes, jetzt stehen die jetzt an. Na, was ein Glück sind wir fertig. Wir waren ja auch schon um halb elf da. Das zahlt sich aus. Jetzt müssen wir in Frankfurt noch woanders hin was einwerfen. Da haben wir den Ginnheimer Spargel. Der ehemalige Fernsehturm. Und die U5. Kreuz die Straße. Sobald die Praxis wieder zu 100% hochgefahren ist, komme ich wieder nicht mehr zum Vloggen. Ich muss jetzt noch was einwerfen für die Praxis. Ja, hier müssen wir lang. Wahnsinn, was für ein Himmel heute. Jetzt sind wir in Frankfurt Bockenheim. Das wird sicher schwierig hier im Parkplatz zu bekommen. Ich meine Frankfurt allgemein immer. Aber jetzt hier, wo wir es irgendwo einschmeißen müssen. Na, sauber. Ups, hier fährt jemand eine Spüle spazieren. Es ist echt voll. Ach krass, direkt vor dem Gebäude einen Parkplatz bekommen. Das gibt es doch gar nicht. Glück muss man haben. So, dann speise ich das nämlich jetzt hier rein. Was denn das? Wer macht denn da für sich Werbung? Hier irgendwo. Ach du je. Wäre das nicht mit Autos zugebracht, könnte man auch an die Häuser dran laufen. Mal gucken. Hier muss ich den Briefkasten irgendwo suchen. Da scheint es zu sein. Ich guck mal. Oh, der Briefkasten ist voll. Da sind wir nicht die ersten und die einzigen. Mal gucken, ob ich das jetzt hier rein kriege. Ausgeliefert. Oh Mann, hier ist das kalt. So, jetzt schauen wir, ob wir noch kurz was einkaufen gehen und dann noch was heißes zu Hause trinken. Hier steht es schon wieder mit dem YouTube. Und an manchen anderen Hausgängen hier auch. Was soll das denn? Das ist schon krass. Man merkt, dass man wieder bei uns draußen auf dem Land ist und wieder raus aus Frankfurt. Jetzt gehen wir hier nochmal ein paar Sachen besorgen und dann nach Hause. Also es ist so, 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 so kalt, man hält es eh nicht lange draußen aus. Oh, schnell rein. Hammer. Wir nehmen auf jeden Fall Kiwi mit. Great Food. 49 Cent. Schade, Kakis sind leer. Da hättest du gerne eine mitgenommen. Eine Avocado nehmen wir mit. Ja, die ist gut. Und das für unsere Kiksekiste. Wir sammeln ja immer für Kinder im Kinderkrankenhaus. Und spenden das. Dacke-Mix. Ich glaube, das probiere ich mal. Ich liebe Datteln. Rosenkohl. Oh, der ist ja ganz klein. Wie süß. Aber doch. Mach mal Rosenkohlgemüse. Die Bio-Mini-Karotten. Das snacken wir auch immer voll gerne. Meine Milch nehmen wir mit. Mineralwasser brauchen wir. So. Ein Spülmittel brauche ich noch. Das hatte ich noch nicht. Probieren wir das mal aus. Das war's. Mehr brauchen wir gar nicht. Dankeschön. Auf den Boden gefallen. Jetzt gibt's noch einen schönen heißen Käff. Und ich sag mal für den heutigen Vlog auf Wiedersehen. Wie süß. Vielen Dank.